An einem Flussufer lebten Krokodile. In der heißen Mittagssonne platzten plötzlich die Krokodileier auf. Kleine Krokodile krabbelten zum Fluss. Alle, bis auf Cornelius. Cornelius kam aufrecht aus seinem Ei spaziert. Guckt mal, Freunde. Ich kann weit über die Büsche gucken. Cornelia kann schon weg. Die Krokodile muss man mehr sehen. Na und? Wozu soll das gut sein? Schaut doch mal, Freunde. Ich kann den Fisch auf den Kopf sehen. Na und? Ist uns doch egal. Ihr seid echt gemein. Cornelius ging weg.